Das ist echt mega spannend, ein Teil von Dance Unique zu sein. Vor vier Jahren war ich in der Ukraine mit meiner Schule fertig und ich wollte einfach was Neues probieren. Ich wollte einfach was absolut Neues im Leben erleben und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nach Deutschland ziehen werde. Ich würde gerne meine Tätigkeit weiterentwickeln. Also ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, wo ich versuche, andere Menschen jeden Tag zu motivieren, zu inspirieren und meinen eigenen Weg zu zeigen, der nicht immer leicht war. Für mich war es sofort klar, dass ich an diesem Projekt teilnehmen will, weil ich wirklich gerne was Neues lerne und tanzen zu lernen, auch mit Christina. Ich finde, so toll wie sie es mag, tanzen zu lernen war für mich wirklich eine tolle Voraussetzung und ich war wirklich gespannt. Deswegen habe ich sofort sie ja gesagt. Tanzen ist einfach im Moment zu sein, einen Körper wirklich zu fühlen und sich selbst zu sein. Was Tanzen für mich bedeutet, ist schwer zu beschreiben. Es ist meine Leidenschaft. Ich kann mir das nicht wegdenken. Ich bin damit aufgewachsen und jedes Mal, wenn ich tanze, fühle ich mich gut. Das Training war auf jeden Fall mega, mega spannend. Also so viele Leute, so viele Profis, so viele Menschen, die wirklich sich gut ausgehen, wie man am besten eine tolle Aufnahme macht, wie man am besten bei der Kamera spielt. Also ich habe auf jeden Fall viele, viele interessante Erfahrungen gesammelt und hat mich gefreut, Teil davon zu werden. Also für mich sollte ein Hotel einfach eine Atmosphäre haben, wo ich direkt reingehe und weiß, hier fühle ich mich wohl. Wenn ich morgens am Hotel aufstehe und ich wirklich motiviert, wirklich inspiriert bin, dann weiß ich Bescheid, dass ich gut im Hotel bin. Das Training Untertitelung des ZDF, 2020